Wir sind hier im Ignasium bei der zweiten Messe bei Zukunft. Wir möchten unseren Schülern Hilfestellung bei der Berufsfahrt geben und freuen uns sehr, dass wir 65 verschiedene Aussteller haben. Das Besondere an der Abi Zukunft ist einfach, dass die Abi Zukunft eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Es gibt kein rechts, es gibt kein links, es gibt kein oben, kein unten, solange es ist auf dem Punkt ein Matching zwischen Aussteller und Besucher. Jeder Aussteller ist für den Besucher interessant, genauso wie jeder Besucher für den Aussteller interessant sein kann. Das Rahmenprogramm ist auch sehr interessant auf der Abi Zukunft, nicht nur für Abiturienten oder zukünftige Abiturienten. Das sind Themen wie, was passiert, wenn ich ins Ausland gehe, wie muss ich mich informieren, wo kann ich mich am besten informieren, um da wirklich den besten Anbieter, der für mich passt, zu finden. Aber auch für Eltern haben wir Workshops dabei, um Eltern Unterstützung zu geben. Wie kann ich mein Kind am besten unterstützen bei der Berufswahl, wie sieht es aus mit Stippeln, in den Basikanträgen und so weiter und so fort. Also Informationen rund um das Thema nach dem Abitur kann man auf der Abitur finden. Und ich bin mir sicher, das darf man sich nicht umgehen lassen, wenn man bald das Abitur vorstellt. .